Pull it! Geht er weg! Lasst ihn in Ruhe! Herzlich willkommen, 4L Gamer. Zark McFly wieder am Start hier. Blair Witch Project Kapitel 8, bereit für den Start. Ja, es geht jetzt richtig los. Ihr seht schon, hab ich mich erschrocken. Hab ich das nicht schon gemacht letztens? Diese Speicherpunkte sind so komisch. Ja, ich sitze heute. Ich mag es nicht im Stehen. Ich habe ein bisschen den rechten Fuß kaputt, sage ich mal. Also er sitzt nicht kaputt, aber da stehen Schmerzen ein bisschen. Was ist, wer diesen Speicher stellt? Nee, Mann. Ja. 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 Ich bin hier wieder zu einem Mal. So. Laden. Das ist 8.11. 18.7. 8.11. 8.12. 8.11. Gut, ich weiß nicht, was ich da mal falsch mache. Ich mach das jetzt nochmal schnell. Dann bin ich eigentlich größer gewesen und dann geht es weiter. Ich mach das jetzt mal. Ich mach das jetzt mal. Ich mach das jetzt mal. Ich mach das mal. Ich mach das mal. Ich mach das mal. So, sehr gut, alles klar. Ich glaube, hier haben wir aufgehört, irgendwo, es wird schon irgendwie passen, ja, deshalb wir, willkommen zurück jetzt, diesmal wirklich, wer zockt weiter, wie gesagt, ich im Sitzen heute, musste das auch gerade noch mal einstellen, ansonsten war mein Kopf hier unten, aber gut, dafür gibt es ja diese ganzen Optionen und wir fahren jetzt auf jeden Fall zur Sägemühle, glaube ich zumindest, Sommel geradeaus, ich habe mich schon mal be- das Meer der Monster. Ich will dich anhalten. Das ist doch nur dieses Blätterding. Ballern, komm, wir ballern einfach durch. Ich weiß nicht, was sie sollen, so. Wow, hallo. Ne, auf keinen Fall stehenbleiben. Gas geben! Was ist diese scheiß Sägemühle? Oh Gott, das wird knapp, ey. Ballett, pass ein bisschen auf da, ne? Oh, das ist meine Taschenlampe! Ach du Scheiße, was ist das denn? Boah, fahr doch noch ein bisschen. Das war knapp. Ähm, ich lasse einfach mal... ...rollen. ...verbrannte Brücke. Ja, jetzt haben wir gemerkt, dass die nicht mehr ganz so sicher war. Diese Musik, Alter, die macht mich fertig. Was quietscht denn hier so? Das ist schrecklich. Das macht es, glaube ich, gruseliger, als es eigentlich... ...sein müsste. Ähm, ja, ich würde sagen... Hallo, Jets. Ja? Alice? Was ist passiert? Sind Sie okay? Ja, ähm... Ja, nein, nein, es ist nichts. Ja, ich weiß nicht, dass ich keinen Sinn mache, aber das ist das Ding. Ich denke, ich beginne zu verlieren, Jess. Ich sehe Dinge und ich weiß nicht, ob sie real sind oder nicht. Ich weiß nicht, was ist das Schmerz. Dammit, Alice. Ich... Ah, das haben wir schon mal durchgemacht, das Ganze. Sorry, aber ich kann nicht. Jess, bitte. Ich brauche dich. Du brauchst Hilfe, Alice. Ich versuchte, dich da für dich, ich habe wirklich getan, aber du stimmst mich weg. Du stimmst deeper und deeper... Scheiße, den muss ich auf jeden Fall nacherbaten. Nein, Alice, ich bin sorry, aber... ...ich will nicht, dass du mich mit dir runterkriegen. Gott, verdammt. Ja, ich bin sorry, ich will dich später. Ich sterbe auf jeden Fall. Es ist immer so, ne? Wenn jemand sagt, in einem Horrorfilm, ich melde mich später oder wir sehen uns, dann stirbt er auf jeden Fall. Ja, komm mit. Und da hast du eine Spur. Also meine Spur sind diese Gleise. Und den folge ich jetzt mal. Wo ist denn diese Sägemühle? Die ist ja mega weit weg. Da. So, mir. Ach, guck mal, weiter wäre ich auch nicht gekommen. Und weiter komme ich auch zu Fuß nicht. Aber Bullet hat sofort einen Weg gefunden hier. Und dann gibt es keinen zurück mehr, oder? Bullet, kommst du mit dir hoch? Das war Kapitel 9. Die sind manchmal so kurz. Ich habe auch nachgeguckt. Es gibt 17. Das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr. Bullet, hast du keine Angst vor diesem gruseligen Geräusch? Dann ist da auch nichts. Bist du das, Bullet? 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 Komm doch mit, Alter. Was ist denn das in dem Wasser? Das ist es. Das ist das, was ich für mich looking for. Das war jetzt super krass, dieser heftige Umweg. Hier ist eine Art Motor. Jetzt können wir uns mal merken. Vielleicht müssen wir damit was machen. Aber ich würde... Anybody there? Ich glaube, wir müssen erst mal in diese gruselige Hütte. Guten Tag. Guten Tag. Der Ofen ist an. Oh, shit. Habe ich Bock, hier rein zu gehen. Was ist los, Bullet? Okay, pass mal auf. Pass mal auf. Hier. Ich hoffe, wir werden hier. Schläft da irgendwas krasses? Okay, wir haben ein Rätsel hier. da atmet irgendwas krasses drin oder ich bin auf jeden fall bewaffnet und ich schätze wir müssen jetzt diesen code finden für das schloss und dafür müssen wahrscheinlich weiter in diese gruselige gar nicht gruselige hütte aber wer wir haben ein video das ist doch mal noch eher eine waffe ich meine kassette ist schon mal nicht schlecht das kann alles sein aber ich würde mir die gerne draußen anschauen ohne dieses gruselige knarzen ok scheinbar bringt das nicht so viel er hat es auch probiert und er läuft in dieses haus wo dieses gar nicht gruselige atmen war kann ich jetzt nicht rein kann ich mich ducke ach du gehst ei 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 tatsache ja weil ich jetzt sitze natürlich muss ich natürlich hier schauen fuck alter oh scheiße oh das sei ruhig da war noch eine tür oder in dem video fuck alter was machen wir hier du bist super chillig warum bist du so chillig ich komme hier aber auch nicht runter okay vielleicht muss ich dann doch noch mal hier ran oh Junge 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 eine Schreibmaschine sind wir bei Resident Evil kann ich hier speichern 3-3-2-4 okay das ist irgendwie kann ich glaube ich nicht nehmen 3-3-2-4 das könnte der Code für draußen sein da komme ich glaube ich nicht ran da ist dieser Stuhl hier im Weg 3-3-2-4 ich probiere das mal draußen und rechne jetzt auch jeden Moment damit dass mich irgendwas übelst erschreckt Bullet 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 Alter 3 3-3-3-2-4 oh ja super jetzt geht es da hoch und das Blut her kommt und es ist es nicht fackelt nee 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 nein Bullet Bullet geh vor ja oh scheiße ich hoffe es ist einfach nur ein Bär oder sowas Uhr wird Eltern accommodate Vac homework gehört S bis capture home w z Das ist wieder irgendwas im Krieg, oder? Ich kann nichts machen. Was ist denn jetzt passiert? Tut mir leid, falls ich das war. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin im selben Raum, glaub ich, ne? Da komm ich her. Puh! 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 Will ich das? Ich probiere jetzt mal was. Okay, ich kann ihn nicht anfassen. Aber diese Tür hier... Bullet, wo bist du überhaupt? Okay, hier läuft jetzt was. Ich check mal das ganze Video ab. Okay, es geht glaube ich echt nur darum, dass das hier läuft. Bullet! 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 Geh da weg! Und lasst ihr in Ruhe! Und was? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich höre jetzt selber schon Sachen, ey. Macht mich wahnsinnig, das Spiel. Wow. Ja. Was war das jetzt? Kapitel 12? Habe ich gerade Kapitel 12 gesagt schon? Auf jeden Fall, wir müssen schon Richtung Ende. Müsste es langsam gehen. Ich versuche es durchzuziehen. So alle paar Tage kriege ich das hin, was aufzunehmen. Deshalb drückt gefällt mir, abonniert den Kanal, haut rein.